Jesaja 32, Verse 14 und 15 Denn die Paläste sind verlassen und die Stadt, die voll Getümmel war, ist einsam. Burg und Turm sind Höhlen für immer, dem Wild zur Freude. Den Herden zur Weide. Solange bis über uns ausgegangen ist, der Geist aus der Höhe. Dann wird die Wüste zum fruchtbaren Lande und das fruchtbare Land. Wie Wald geachtet werden. Amen.